Herzlich Willkommen bei der Nürnberger Versicherung. Mein Name ist Andrea Buisnerne und ich freue mich als einer von vier Landesdirektoren, dich heute mitnehmen zu dürfen hinter die Kulissen, warum es interessant ist für dich Agenturpartner der Nürnberger zu werden. Hier bei der Nürnberger Versicherung sind die Hierarchien flach. Die Wege sind kurz. Flache Hierarchien und kurze Wege sind bei einem unabhängigen Versicherungsunternehmen wie bei uns in der Nürnberger keine reine Floskel, sondern das ist tatsächlich so. Hier kennt jeder seine Ansprechpartner persönlich mit Namen. Wir arbeiten im Schulterschluss und hören einander zu. Darüber hinaus versickern Ideen und Vorschläge genauso wenig im Dickicht der Entscheidungsebenen wie alltägliche Anfragen und außergewöhnliche Bedürfnisse. Also das kann ich absolut unterschreiben. Ich bin hier nicht einfach nur eine Nummer oder irgendein Mitarbeiter im Vertrieb. Als Generalagentin der Nürnberger kenne ich meinen Landesdirektor und auch unseren Vertriebsvorstand persönlich. Und das finde ich wirklich toll. Wenn du einmal nicht mehr weiter weißt, übernehme gerne unsere Spezialisten für dich. Spezialisten für alle möglichen Facetten der Versicherung. Ja, das haben doch irgendwie alle. Aber wir machen es besonders, weil wir haben für dich persönliche Ansprechpartner aus der Lebensversicherung, Krankenversicherung und Sachgewerbeabteilung, die als Spezialisten für dich als persönlicher Ansprechpartner für deine Wünsche und Fragen zur Verfügung stehen. Ich war auch als Gewerbespezialistin für die Nürnberger unterwegs und habe erst vor kurzem die Seiten gewechselt. Daher kann ich sagen, dass das Gewerbespezialisten-Team mit viel Engagement und extrem viel Herzblut dabei ist. Das habe ich die vergangenen acht Jahre beobachten können. Also bin ich sicher, dass wir hier draußen echt top unterstützt werden. Und wenn du vielleicht in speziellen Zielgruppen unterwegs bist, wie beispielsweise Apotheken, haben wir eigene Zielgruppenbeauftragte, die dir persönlich weiterhelfen und dich unterstützen. Dank unserer runden Produktpalette musst du mit niemandem teilen. Unser Produktportfolio ist doch wirklich unser Produktportfolio. Und das bedeutet für dich, dass du deine Provision auch mit keinem anderen Unternehmen teilen musst. Wir greifen bei der Nürnberger auf ein großes Produktsortiment zu. Das führt dazu, dass wir jedem Kunden einfach den passenden Schutz anbieten können. Und das ohne dabei auf Drittanbieter zurückzugreifen, die dann auch noch einen Teil unserer Vergütung haben wollen. Und solltest du doch mal ein spezielles Risiko haben, was wir als Nürnberger vielleicht nicht zeichnen, haben wir einen hauseigenen Versicherungsmakler, der dir als Ventillösung zur Verfügung steht. Blick hinter die Kulissen bedeutet für uns auch, unsere Agenturpartner zu Wort kommen lassen. Ich habe Versicherungen von der Pike auf gelernt. Eine Selbstständigkeit war für mich jedoch immer ein absolutes No-Go. Nach fast zehn Jahren als Gewerbespezialistin bei der Nürnberger bot man mir die Übernahme einer Generalagentur in meiner Heimatstadt Düsseldorf an. Das war einfach gar nicht mein Plan vom Leben. Nach mehreren Gesprächen mit den Verantwortlichen und nachdem man mir aufgezeigt hat, wie viel Unterstützung Generalagenten bei der Nürnberger erfahren, habe ich mich entschieden, mich von der Nürnberger in die Selbstständigkeit begleiten zu lassen. Tja, und was soll ich sagen? Hier bin ich, Generalagentin bei der Nürnberger. Auch für uns war Corona eine besondere Herausforderung. Aber gemeinsam mit der Nürnberger an unserer Seite haben wir auch dieses Jahr erfolgreich gemeistert. Die Außendarstellung ist für uns als Generalagentur natürlich von enormer Wichtigkeit. Da wir hier keine Experten sind, brauchen wir Unterstützung. Diese bietet uns die Nürnberger mit ihrer Marketingmannschaft, sodass wir jederzeit beim Kunden optimal sichtbar sind. Gerade in den letzten Jahren hat mich die Nürnberger Versicherung, mich als selbstständigen Vermittler, sowohl in finanzieller als auch in fachlicher Hinsicht, sehr stark unterstützt. Im Rahmen des neuen Markenauftritts der Nürnberger habe ich ein modern ausgestattetes Büro erhalten. Außerdem profitiere ich von den verschiedensten Spezialisten in allen Produktbereichen. Für mich als Unternehmer mit zwei Innendienstmitarbeitern, weiteren Außendienstmitarbeitern und auch ein Azubi, ist es perfekt. Als Azubi möchte ich natürlich alle Facetten meines Berufs kennenlernen. Eine Versicherung heißt ja auch nicht umsonst Haus der 100 Berufe. Aber mir geht es nicht nur um die Zeit nach der Ausbildung, sondern auch um die Folgejahre, welche Möglichkeiten sich mir hier bieten. Und da ist die Nürnberger mit ihrem Trainee-Programm genau richtig. Egal ob als Angestellter im Außendienst nach dem Berufsabschluss oder auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Die Nürnberger unterstützt immer.